Es gibt tolle Nachrichten zu Starfield und es gibt miese Nachrichten zu Starfield. Und über beides wollen wir in diesem Video sprechen. Aber starten wir mit den guten Nachrichten. Bethesda hat auf Reddit mit seinem offiziellen Account auf einen Thread geantwortet und darin einige coole Neuigkeiten verkündet. Zum Beispiel, dass wir ein Update zu Beginn des nächsten Jahres erwarten können, in dem Quests gefixt werden und einige technische Sachen. Fangen wir mit den Quests an, weil ich das wichtiger finde. Im Moment gibt es Probleme bei einigen oder vielleicht sogar bei vielen Spielern, dass irgendwelche Quests mal hängen bleiben und nicht mehr zu Ende erledigt werden können. Und das wird jetzt gefixt und dafür mussten sie ein System implementieren, weil bisher war es anscheinend so, wenn sie das behoben hätten, hätte man aber seinen aktuellen Spielstand nicht mehr weiter verwenden können und das ist ja nicht wirklich eine Option. Und jetzt haben sie diese Quest-Fixes gemacht und man muss eben sein Savegame nicht zurückrollen, wie es auf Englisch heißt, also nicht einen alten verwenden. Bei manchen Quests haben sie es einfach so geändert, dass das gar nicht erst auftreten kann und bei anderen ist es halt, wenn man schon in der Quest ist und das nachträglich geändert werden muss, was eben der schwierigere Teil ist und beides soll in dem Update gemacht werden. Natürlich ist dann interessant zu wissen, welche Quests, weil sie schreiben mehrere Quests. Es gibt eine ganze Liste davon und ich hoffe, dass sie uns dann auch mitteilen, welche davon betroffen sind und an welchen sie noch arbeiten, damit die Leute jeweils auch wissen, ja, ist mein Game jetzt gerettet oder eben noch nicht. Das zweite sind dann technische Sachen. Es kommt FSR3 und XESS rein. Das sind die Äquivalente zu DLSS. DLSS ist ja die NVIDIA Technologie und XESS ist das Äquivalent auf Intel Grafikkarten und FSR3 kommt von AMD. FSR kann man ja auch auf anderen Grafikkarten benutzen, aber nicht umgekehrt. Tatsächlich, also wenn man nur eine AMD Grafikkarte hat, ist man auf FSR angewiesen. Und aktuell ist FSR2 im Spiel und das ist qualitativ deutlich schlechter als DSS. Also haben AMD Spieler hier einen Nachteil. Die Performance ist relativ gut auf AMD Grafikkarten, aber eben die grafische Qualität mit FSR nicht so sehr. Und FSR3 sieht aber sehr gut aus und das wird dann auch im nächsten Update oder ein Update, nicht das nächste Update, ein Update zu Beginn nächsten Jahres mit behoben. Das alleine ist schon ziemlich cool. Noch wichtiger ist allerdings der Ausblick. Und da sagen sie, sie arbeiten an vielen Features, die von der Community gefragt werden. Sie erwähnen da City Maps, also die Karten innerhalb der Stadt, die bis jetzt wirklich ein Witz sind. Mod Support, das war eh schon klar, dass sie das Creation Kit veröffentlichen wollen, aber da arbeiten sie auch noch dran. Und was richtig Hype klingt, all new ways of traveling. Also komplett neue Wege für die Fortbewegung. Stay tuned, sagen sie, bleibt am Ball. Und da war ich ganz kurz richtig gehypt, weil ich irgendwie erst mal im Kopf dachte, was ist das Nervigste beim Reisen? Die ganzen Loading Screens und dass man jetzt vielleicht anders im Weltraum reisen kann. Und nachdem ich kurz den Hype wieder zurückgefahren habe, war mir dann eigentlich klar, das wird es nicht sein. Das liegt zu sehr in der Engine begründet. Ich bin ziemlich sicher, nachdem ich auch ein bisschen Wonders noch gelesen habe und bei Bethesda nochmal so, was sie zuletzt geschrieben hatten, dass es sich da um Fahrzeuge handelt. Ich glaube, das ist eine ganz schön coole Sache, weil das echt nervig war, fand ich, auf dem Planeten mancher zu weiter entfernten Points of Interest zu reisen oder auch nur zwischen diesen Points of Interest oder einfach mal erkunden, wenn man darauf Bock hat, über den Planeten. Also ich bin ziemlich sicher, dass hier Fahrzeuge kommen. Alles andere wäre wirklich eine Enttäuschung, wenn sie erst all new ways of traveling ankündigen und dann noch stay tuned mit Ausrufezeichen und dann, weiß ich nicht, gibt es ein besseres Jetpack. Also richtig krass wäre es natürlich, wenn sie in Space Travel den Weltraumflug überarbeiten, aber das glaube ich wiederum nicht. Vielleicht überrascht mich Bethesda da auch positiv. Aber für mich sind es Fahrzeuge. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr vermutet. Für diese neuen Features und auch für regelmäßige anderen Fixes und Updates planen sie in Zukunft so ein Zirkus, ein Zirkus, was rede ich denn? Ein Zirkus von ungefähr sechs Wochen. Wenn etwas schneller gemacht werden kann in Hotfixes, so zwischendurch und wenn sie denken, dass es sicher ist und funktioniert, wollen sie das auch ein bisschen schneller zwischendurch einfach rausballern. Aber sie sagen nochmal, safe is key, also Sicherheit geht vor. Sie nehmen sich sehr viel Zeit, um auch diese kleinsten Änderungen im Game zu testen, weil das Game so groß und dynamisch ist. Und hier fängt schon wieder der Bethesda Bullshit an. Und dann kommen wir gleich zu den schlechten Nachrichten. Anstatt einfach, das ist erstmal eine coole Meldung. Und dann schon müssten sie wieder ihren Marketing Bullshit unterbringen. Und vor allem ist das Schlimme ist, es ist nicht nur Marketing Bullshit, es ist unangebracht. Also sie sagen, Sicherheit ist der Key. Wir nehmen uns so viel Zeit, das zu testen, die kleinsten Änderungen in diesem großen und dynamischen Spiel. Und wir sehen gleich, das ist lächerlich. Mein Gott, Bethesda, sobald sie auch wieder eine gute Sache machen, schießen sie sich sofort wieder in den Fuß. Warum auch nicht? Mann, Mann, Mann. Na gut, bevor wir jetzt zu den schlechten Nachrichten kommen, machen wir noch mittlere Nachrichten. Das habe ich am Anfang nicht erwähnt, aber es klingt auch nicht so gut wie, ich habe gute und ich habe schlechte Nachrichten für dich. Wenn man dann sagt, ich habe gute, ich habe schlechte, ich habe mittlere Nachrichten, ich habe außerdem eine neutrale Nachricht und eine Nachricht von deiner Oma. Das verwässert das Ganze. Deswegen, jetzt kommen überraschend, überraschend die mittleren Nachrichten. So, die mittleren Nachrichten, relativ neutral, ist, dass der Patch draußen ist. Der Patch 1.8.88 ist jetzt am 11. Dezember rausgekommen und dazu gab es ja den Beta-Patch und dann kommen wir auch gleich nochmal dazu. Und der hat halt die Sachen behoben, die schon angekündigt waren. Einmal haben sie diesen Exploit rausgenommen, dass man sich halt mit einem bestimmten System Waffen generieren, erschaffen konnte. Der ist jetzt nicht mehr drin und sie hatten angekündigt für das Gameplay, dass sie für das Raumschiff konnte es passieren, dass Materie, haben sie einfach ganz neutral genannt, am Raumschiff haften bleibt. Sie haben unter anderem Asteroiden genannt oder andere Sachen und dass sie das behoben haben, steht im Patch. Und sie haben auch damals schon gesagt, dass eben andere Fälle, wo größere Materie, zum Beispiel ganz New Atlantis am Spielerschiff hängen bleibt, dass sie das in diesem Patch noch nicht machen werden und ist auch nicht drin. Okay, das soll erst in einem späteren Update gefixt werden. Das waren die beiden Sachen, über eine davon müssen wir auch gleich nochmal reden. Aber das Gute daran an dem Patch ist, dass sie ganz überraschend zusätzlich was reingenommen haben und zwar für Microsoft Store-Versionen, nicht für Steam. Und für die Xbox-Version wurde ein Problem behoben, dass man beim Speichern und dann auch beim Laden von langen Spieldurchgängen und dann großen Save-Games Abstürze erleben konnte, wenn man noch nicht im New Game Plus war. Auch das ist ein interessantes Thema. Okay, das ist die neutrale Nachricht, dass dieser Patch bekommen ist und mit diesen Änderungen. Und damit müssen jetzt leider auch zu den schlechten Nachrichten kommen. Also, die schlechten Nachrichten. Ja, also, das Update 1.8.88. Erstmal hat dieser Patch drei Wochen gedauert. Der letzte Patch war am 20. November, der ist am 11. Dezember rausgekommen. Der Patch hat drei Wochen gedauert. Für, wir zählen mal kurz nach. Drei Änderungen. Außerdem gab es für diesen Patch, für diese drei, das ist auch hinzugekommen, das ist ja neu hinzugekommen, eigentlich für zwei Änderungen. Für diese zwei Änderungen gab es noch einen Beta-Patch. Sie haben sich ja vorher noch selbst dafür gelobt, dass Sicherheit vorgeht und dass sie ihre Sachen so aufmerksam testen und so viel Wert drauf legen. Ja, und deswegen dauert das alles so lange. Okay, das sagen sie. Und wir merken hier, das ist einfach totaler Humbug, das stimmt hinten und vorne nicht. Und zählen wir jetzt nochmal zusammen, wirklich. Drei Wochen haben sie gebraucht, 21 Tage. Und für wie viel? Am Ende, okay, das kam noch überraschend dazu. Sagen wir für drei fixes drei Wochen. Aber eins davon, finde ich, zählt nicht. Das ist ein Exploit, dieses mit dem Außenposten, dass man da Waffen spawnen kann. Das schadet niemanden. Niemand ist davon betroffen. Das macht niemanden das Spiel schlechter. Sie sollten die Zeit aufwenden für die ganzen wirklich großen Probleme, die sie da haben. Zum Beispiel die Plotstopper in den Quests, die sie da haben und, und, und. Also es gibt eine ganze Liste von Sachen. Stattdessen fixen sie hier Exploits wie die Pfütze in Aquila und woanders. Warum? Also sie haben, das ist kein, mit dem Außenposten, das ist für mich hier kein gefixter Bug. Das heißt, sie haben zwei Bugs gefixt in drei Wochen mit Beta-Patch. Gucken wir uns den letzten Punkt an. Diese Sache ist nur für Microsoft und Xbox erst mal. Und da wurde auch gesprochen, weil es gibt die Probleme, die damit zusammenhängen, auch auf Steam. Und das ist ein bisschen ein größeres Problem. Darüber werde ich gleich am Ende nochmal sprechen. Ausführlicher. Das hängt mit einem größeren Problem zusammen. Und da ist ein Teilproblem, dass es beim Speichern abstürzen kann, wenn man noch nicht das New Game Plus gestartet hat, also die Allheit betreten hat. Okay, also sie haben von dem Problem, dass für Microsoft Store, für die Version und für Xbox behoben, nicht für Steam. Also haben sie, wir zählen nochmal nach, von drei Sachen fallen schon anderthalb weg. Also sie haben in drei Wochen anderthalb Bugs gefixt. Dann gucken wir uns das erste an, Gameplay. Die ist schon damals gesagt, dass die Lösung, die sie hatten, oder das Problem war erst mal, dass Materie am Spielerschiff haftet. Ich werde jetzt schon langsam aufgeregt, man hört es. Also, dass zum Beispiel ein Asteroid am Spielerschiff haftet, dass andere Sachen dran kleben bleiben. In manchen Fällen sogar ganze Städte, ganz New Atlantis, was wie gesagt witzig klingt, wenn man es von jemand anders liest. Und das sieht witzig aus, wenn man ein Screenshot sieht, wenn du selber mit einem Raumschiff rumfliegst und da einfach ganz New Atlantis dran klebt. Und das jedes Mal bei den Weltraumsequenzen zu sehen ist, nervt das nur noch. Okay, aber sie haben schon damals angekündigt, ja, wir fixen das mit den kleineren Materiesachen, zum Beispiel ein Asteroid. Aber wenn jetzt ganz New Atlantis an einem Schiff hängt, das schaffen wir nicht. Das kommt in einem späteren Update. Das heißt, selbst diese Ankündigung ist auch wieder nur ein halber Bugfix. Das heißt, wir sind inzwischen drei Wochen inklusive Beta-Patch, hier ein halber, hier ein halber Bugfix, sind wir bei einem Bugfix in drei Wochen. Und jetzt ist der Patch draußen und er funktioniert nicht richtig. Es gibt auf Reddit ohne Ende Meldungen von Leuten, bei denen immer noch Sachen am Raumschiff kleben. Nicht ganz New Atlantis, was sie ja gesagt haben, das später kommt, sondern immer noch Asteroiden oder andere Sachen. Und dass das auch neu hinzukommt. Bei manchen ist es jetzt erst hinzugekommen, dass der Asteroid da dran klebt. Das heißt, was haben wir nach drei Wochen inklusive Beta-Patch? Einen halben Bugfix, ein halber war angekündigt und von dem halben haben sie auch nur die Hälfte geschafft. Das heißt, großzügig gesehen haben sie 0,75 Bugs gefixt in drei Wochen inklusive Beta-Patch. Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn da los bei Bethesda? Wie arbeiten die? Was machen die? Dann loben, also dann machen sie doch alles. Also einerseits haben sie wirklich mal gute Nachrichten. Die ersten seit langem, finde ich, die wirklich Substanz haben. Aber wie soll ich denn das Vertrauen in die Firma haben, in ihre Ankündigungen auch, wenn sie dann gleich sowas abliefern? Sie machen eine gute Sache und schießen sich mit gleich drei Sekunden später wieder in den Fuß. Sie sagen in dieser Nachricht, wo sie sich selber loben und Ankündigungen machen, auch wie wichtig ihnen die Sicherheit ist und wie viel Wert sie darauf legen, dass das alles auch dann wirklich funktioniert, wenn sie es endlich veröffentlichen. Dass das der Grund ist, warum das so langsam ist. Das ist ihre Begründung. Sie sagen, wir brauchen drei Wochen für einen Mini-Patch, weil wir da so gründlich arbeiten. Und dann ist aber der Patch kaputt. Dann funktioniert er eben nicht. Dann wurde da nicht gründlich gearbeitet. Was soll man diesem Saftladen eigentlich noch glauben? Das ist echt der absolute Wahnsinn. Vor allem dieser Fehler mit dem Asteroiden wurde schon vor Monaten von einem Modder gefixt. Wie auch viele andere Probleme, die teilweise in diesem Patch oder auch in den anderen Patches schon gefixt wurden oder die jetzt noch auf der Liste stehen bei Bethesda, nicht mal in der Ankündigung erwähnt wurden. Das wurde so oft schon in Mods gefixt, behoben, verbessert, manchmal schon wenige Tage nach dem Release. Und dann greifen Fanboys oft dieses Narrativ und diese Argumente auf, die Bethesda bringt. Dieses, ja, aber ein Modder, der muss auch nicht so sorgfältig arbeiten wie Starfield. Der achtet ja nicht darauf, dass das wirklich mit allen Spielen funktioniert. Der macht das nicht so gründlich. Vielleicht klappt das dann nur in 90 Prozent der Fälle. Vielleicht gibt das irgendwo Probleme und das kann man sich nicht darauf verlassen. Und ihr wisst überhaupt nicht, wie komplex Softwareentwicklung ist. Das ist ganz kompliziert und deswegen dauert das drei Wochen. Und inklusive Betapatch für 0,75 Prozent, äh, Prozent, ja, auch schon fast. 0,75 Bugfixes. Das hat alles seinen Grund. Und das vermischt so viele Sachen. Das ist so eine unehrliche Argumentation. So, ja, Softwareentwicklung ist komplex und kompliziert und schwierig. Keiner behauptet das Gegenteil. Okay. Ja, ein Modder hat nicht die gleichen Qualitätsanforderungen wie ein Bethesda, wie eine Firma. Auch das ist richtig. Und dann gibt es auch noch das Beispiel, das habe ich solche konkret zu den Astroiden gesehen, weil es gibt echt so viele Meldungen auf Reddit von Leuten, die Screenshots posten, die zeigen, das ist immer noch das Problem. Sie haben das immer noch, das Geile ist auch, Bethesda schreibt unter diese Threads dann immer, ja, sagt uns doch bitte auf welcher Plattform und vielleicht Save Games und wir gucken uns das an. Also, sie bestätigen diese Probleme, die sind wirklich da, dass das nicht funktioniert. Und dann sagen sie, uff, wir haben drei Wochen dran gearbeitet, wir haben Betapatch gemacht. Geht nicht, aber dann müssen wir noch mal neue Informationen von euch haben. Vielleicht kriegen wir es diesmal hin, mal schauen. Vielleicht wieder in drei Wochen, gucken wir mal. Also, die Probleme sind da. Und dann sagen diese Fanboys, das kann man die nicht nennen, diese völlig blinden und kritiklosen Fanboys. Ja, es gibt eine Mod, die das schon erfolgreich entfernt, diesen Astroiden. Aber eigentlich, das ist wirklich gar nicht so elegant. Ich habe mir das mal angeguckt. Ja, der entfernt den Astroiden, aber das ist so ein bisschen hingehackt. Ja, der ist dann weg, aber eigentlich behebt das nur diese Symptome und das ist gar nicht so toll. Und wer weiß, ob das für alle funktioniert. Naja, naja, naja. Und dann denkst du dir, wie kann man das denn verteidigen? Ja, die Mod ist vielleicht nicht super elegant, aber sie behebt das Problem für die Leute. Und bei Mod ist es auch ganz knallhart so Mods, die nicht gut funktionieren, die bei vielen Problemen machen. Die werden zugeschüttet mit Posts, mit Problemmeldungen. Die werden nicht hochgevotet, die werden dann auch nicht oft downgeloadet. Diese Mods, die wir schaffen, sind erfolgreich. Die funktionieren. Und diese letzte Argumentation immer, ja, aber der Modder muss sich überhaupt nicht so viel Mühe geben. Und der hat nicht die gleichen Anforderungen und Qualitätssicherung. Erstmal hier, Qualitätssicherung, fuck you, Bible Fester. Und zweitens, richtig, das ist nicht die gleiche Qualität oder sollte es nicht sein. Anscheinend ist es ja doch nicht so gut. Aber das eine ist halt auch ein fucking Dude in seinem Keller, der das zwei Tage nach Release bereitstellt. Und das andere ist eine Milliardenfirma mit hunderten von Mitarbeitern, wenn nicht über tausend insgesamt, die mit diesem Spiel hunderte Millionen verdient haben. Und dann ist das die Argumentation, ja, aber der Modder natürlich. Nee, das sind hunderte Leute, die verdienen hunderte Millionen. Und die schaffen es nicht in Monaten, das Problem zu beheben, was ein Modder in wenigen Tagen macht. Wie kann man etwas, wie verdreht im Kopf, kann ich Ihnen das sagen, muss man denn sein, um das miteinander zu vergleichen und dann festzustellen, ja, aber deswegen braucht Bethesda auch, klar, die brauchen dann halt statt zwei Tage, brauchen die halt 120 Tage und kriegen es trotzdem nicht hin. Also es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Diese Witzgeschichte mit diesem Patch, mit diesem Beta-Patch, der wirklich, das kam noch dazu, gut, aber reden wir gleich nochmal, der angekündigt hatte, einen halben Bugfix zu fixen. Das war die Ankündigung, hier Exploit, hier nur die Hälfte, deswegen 0,5. Und von diesem halben angekündigten Bugfix haben sie nur die Hälfte geschafft. Vielleicht auch nicht, je nachdem, wie man es nennen möchte. Also es ist wirklich, es ist fucking unglaublich. Und das Letzte, darüber können wir nochmal ganz kurz ansprechen, dieser Speichern-Laden-Bug, das ein Problem, das Problem gibt beim Speichern eines langen Spieldurchgangs. Also was ich damit meine, ist nicht, dass man einen langen Spieldurchgang am Stück hat, dass ich jetzt gerade irgendwie acht Stunden gespielt habe, weil ich den ganzen Sonntag Bock auf Starfield hatte, sondern dass man schon lange Starfield spielt, 100 Stunden, 200 Stunden, 300 Stunden. Und das Krasse ist auch, es betrifft halt hier vor allem die Fans. Das ist das Gemeine. Es betrifft nicht die Leute, die keinen Bock mehr auf Starfield haben nach zehn Stunden. Es betrifft die Leute, die wirklich Fans sind und das hunderte Stunden spielen. Und wenn man das so lange spielt und kein New Game Plus startet, sondern einfach sein Universum so toll findet und da weitermachen möchte, dann kann das passieren, dass beim Speichern das Spiel einfach abstürzt. Das hat ein bisschen mit einem Problem zu tun, was ich im anderen Video erwähnt habe. Das ist ganz interessant. Oh Gott, wenn ich schon wieder an das Video denke, da steigt mir schon wieder der Blutdruck. Das ist halt das Krasse. Es gibt einen Bug in Starfield, den schleppt Bethesda seit über, weiß ich nicht, 15 Jahren durch. Es sind bald 20 Jahre. Das ist mit Oblivion gekommen und das war 2006, vor 17, bald 18 Jahren. Und dieser Bug tritt in Oblivion auf. Er tritt in Skyrim auf. Er tritt in Fallout auf. In den verschiedenen Versionen, 3, 4. Es tritt in Starfield jetzt auf. Und der kann das Spiel kaputt machen. Er kann die Savegames kaputt machen. Und vor allem bei Leuten, die viel spielen. Wer sich damit auskennt, also entweder guckt ihr mal ein Video dazu an. Das ist echt interessant. Und ich will das noch ein bisschen tiefer erforschen, weil ich finde das wirklich spannend. Einfach aus einer Software-Sicht, aber auch aus der Firmensicht. Die schleppen einen Bug seit 18 Jahren bald durch. Der tritt immer und immer wieder auf. Er macht immer und immer wieder signifikante Probleme. Das ist kein kleiner Bug. Der macht im Prinzip dein Savegame kaputt. Der macht das Spiel unspielbar. Und es ist praktisch der gleiche Bug seit 18 Jahren in ihren ganzen verschiedenen Spielen. Und in Starfield ist der immer noch drin. Das kann nicht sein. Das hat mit diesen IDs von Gegenständen zu tun, wodurch die Savegames immer größer werden und irgendwann einfach die Gegenstände nicht mehr richtig zugeordnet werden. Bei alten Spielen war es teilweise so, dass dann alte Gegenstände überschrieben wurden. Das heißt, womit man das Spiel angefangen hat, die ersten Gegenstände, die man gefunden hat, und manchmal sind es ja trotzdem wichtige Gegenstände, die sind dann verschwunden aus deinem Inventar, aus deinem Haus, einfach aus der Welt verschwunden, weil spätere Objekte die überschrieben haben. Sie hatten praktisch nur begrenzt Platz für Objekte. Und das haben sie in den verschiedenen Spielen immer wieder, aber nur so, auf Ende sagt man Band-Aid, also wie mit so einem Pflaster versucht. Sie haben immer nur ganz grob daran rumgefrickelt. Und nie hat das wirklich geklappt. In Starfield ist es jetzt so, nicht mehr wie in Oblivion, dass praktisch alte Objekte überschrieben werden, sondern jetzt ist es so, die Liste wird einfach immer länger, aber das führt auch zu Problemen. Das überschreibt nämlich andere Sachen. Und jetzt schwört das Spiel einfach ab. Also, das ist der wirklich, es ist wirklich der gleiche Fehler. Der hängt mit diesem Fehler hier zusammen. Der betrifft aber alle Plattformen, und das kann nicht sein. Was ist das für eine, also was ist das wirklich für eine Firma, die seit 18 Jahren das gleiche Problem mit durchschleppt und nicht behebt, was so grundlegend ist. Ich dreh durch mit der, das kannst du keinem erzählen. Auf Reddit und auch auf Steam und woanders, wo der Patch veröffentlicht und besprochen wird, machen die Leute sich auch zu Recht drüber lustig, dass das einfach so lange gedauert hat, dass das teilweise die Probleme immer noch nicht behebt. Und, ja, die Leute, die jetzt immer noch wirklich gerne Starfeed spielen, die setzen ihre Hoffnung halt auf ein großes Update, große Änderung, entweder mit dem DLC, mit dem groß angekündigten Update, mit dem Creation Kit nächstes Jahr oder jetzt auch vielleicht mit den neuen Sachen, die angekündigt wurden, die ja wirklich gut klingen. Aber es hat echt, ich war am Anfang, als diese Ankündigung rauskam, mit den neuen Sachen und wahrscheinlich mit den Fahrzeugen, war ich wirklich positiv überrascht. Aber dann schaffen sie es, dir gleich wieder den Schlag nehmen, Magengrube zu geben, dass du denkst so, oh, ey, ich bin echt gespannt, wie sie das verkacken. Sie sagen, okay, wir machen das mit den Quests, das wird funktionieren. Und dann erwähnen sie noch, selber ohne, dass das Safe Game nicht mehr funktioniert. Und dann bei jeder anderen Firma würde ich jetzt inzwischen denken, cool, wie geil. Aber sie sagen ja selber, ohne, dass dein Safe Game kaputt geht. Und dann denk ich schon, oh Gott, wenn die das sagen, dann geht bestimmt das Safe Game kaputt. Weil sie sagen ja selber, bisher ging mit ihren Fix immer das Safe Game kaputt, jetzt nicht mehr. Aber das ist genau so zuverlässig, wie wir haben den Asteroiden gefixt. Das ist genau so zuverlässig, wie ihr Satz, unsere Patches dauern so lange, weil wir so sorgfältig sind. Also es ist der Wahnsinn, diese Firma, ich check nicht, was da los ist. Ich hoffe einfach, für die Leute, die das noch spielen, dass Bethesda irgendwann die Kurve kriegt. Ich glaube, mit dem Spiel nicht mehr. Ich glaube, das Spiel meiner Meinung nach ist grundlegend so kaputt. Ich weiß nicht, also sie werden immer noch an Sachen rumdoktern und auch Sachen hinkriegen, aber nee. Aber ich hoffe, dass das alles nicht mit Elder Scrolls 6 zu tun hat. Und ich befürchte, was schlimm ist, weil ich habe noch ein paar Sachen ausgegraben zu Elder Scrolls 6 spezifisch und auch mit Interviews mit führenden Designern, die mir echt richtig große Sorgen machen. Also ernsthaft, die machen mir wirklich richtig große Sorgen, sei es vom technischen, aber auch vor allem vom Design-Standpunkt hat, von dem, was sie planen, von dem, was ihr erklärtes Ziel ist. Also nicht nur, dass es aus Versehen mal ein Bug ist, sondern was ihr erklärtes Ziel ist für ihre Spiele. Und ich glaube, das ist nämlich das ganz grundlegende Kernproblem bei Bethesda, dass sie einfach nicht nur Sachen aus Versehen falsch machen, dass Sachen passieren, sondern dass sie gewollt in die falsche Richtung gehen. Aber das ist ein anderes Thema. Das war es erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten Mal.